Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zum Ideas Aktiencheck der Societe General. Mein Name ist Bastian Galuschka und es ist Montag, der 13. November 2023, 10.58 Uhr. Wie immer an dieser Stelle wollen wir uns zwei Aktien unter charttechnischen Aspekten näher ansehen. Zunächst aber zwei rechtliche Hinweise. Dieses Video stellt keine Anlageberatung dar und dient nur Informationszwecken. Außerdem spiegelt das Video nur meine Sichtweise wider, nicht die der Societe General. Wir schauen heute auf zwei Aktien aus dem US-Tech-Bereich, Amazon und Tesla. Bei beiden Werten haben sich doch recht klare Trading-Marken herauskristallisiert, daher auch heute der Titel klare Kante und wir starten mit Amazon. Man muss zu diesem Chart eigentlich gar nicht viel sagen. Es ist lehrbuchmäßig, wie sich die Aktie verhalten hat. Oftmals werden ja Unterstützungen oder Widerstände temporär unter und überschritten und es kommt zu Fehlsignalen. Hier hat die Aktie wunderbar am Tief des Corona-Crashs gedreht zum Jahreswechsel und ist auf der anderen Seite dann auch an dieser, ich nenne es mal Abrisskante hier. Das Unterschreiten der 145er Unterstützung bzw. genauer 143, 155 hat ja hier im April 2022 den Abwärtstrend beschleunigt. Dient nun als Widerstandszone der Bereich und genau hier ging es im Sommer, Herbst nicht weiter. Es kam dann zu einem Rücklauf mit einer schönen Umkehrkerze im Bereich der EMAs 50 und 200, die sich auch bullisch geschnitten haben. Ist die Aktie jetzt zum dritten Mal hier angekommen und natürlich steigt jetzt die Wahrscheinlichkeit, die Chance, dass dieser Widerstand überwunden wird. Die Dynamik ist auch sehr ausgeprägt. Wir haben auch ein, zwei Tage konsolidiert. Heißt im Klartext, wenn die Aktie weiter ansteigt auf neue Jahreshochs, sich oberhalb von 146, 157 etablieren kann, wäre das starke Verkaufssignal vom April 2022 aufgehoben und wir könnten im Bereich dieser alten Range hier wieder die oberen Begrenzungen erreichen, sprich 172, 65, 188, 65 perspektivisch. Soviel zum großen Bild. Voraussetzung ist hier natürlich, dass wir jetzt nicht mehr unter 118, 35 fallen. Im Tageschart das Ganze nochmal unter der Lupe. Auch hier die Muster gut zu sehen. Es gab ja hier ein kleines Verkaufssignal, zumindest ein kurzfristiges Verkaufssignal mit dem Bruch dieser Aufwärtstrendin und das EMA 50. Das Gap ist dann auch nach einer Erholung erstmal offen geblieben. Die Aktie hat dann nochmal, wie es oft der Fall ist, im Zuge einer zweiten Konsortierungswelle stark nachgegeben. Hier sehen Sie noch eine Aufwärtsvariante seit dem Tief 223. Die wurde nicht ganz erreicht. Es war im kurzfristigen Bild etwas tricky, weil wir doch ein, zwei Tage unterhalb des EMA 200 notiert haben. Dann das Comeback mit einem Upgap darüber und seither kennt die Aktie eigentlich kein Halten mehr. An einem vorgeschalteten Widerstand bei 143, 63 haben wir jetzt ein paar Tage konsolidiert. Man sieht aber schon am Freitag wurde diese zweitägige Konsolidierung schon wieder nahezu aufgehoben und wir können jetzt zum Wochenstart neues Momentum aufbauen. Oberhalb von 143, 63 dann die 145, 86 als Ziel das September hoch und zugleich das Jahres hoch. Und perspektivisch hier neben den Zielen aus dem Wochenchart, die ich gezeigt habe, ein möglicher Gap Close. Wenn es gut läuft, das Momentum anhält, könnten wir das in diesem Jahr noch schaffen. Das Gap stammt aus dem April 2022 und liegt bei 163, 266. Also 163, 27 wäre ein potenzielles Jahresendziel, sollten diese Widerstände fallen. Man hat jetzt hier als Ausbrustrader die schöne Situation, dass der Wert eben schon zwei Tage konsolidiert hat und man jetzt nicht hier mögliche Stoppniveaus suchen muss, sondern man hat jetzt einen Bezugspunkt, kann unter 139, 84 kurzfristige Positionen absichern. Mittelfristig müsste man natürlich die Absicherung etwas weiter wählen, aber die Ausgangslage ist ganz interessant. Zweite Arrivate auf die Amazon Aktie mit der WKN SV3D0A, ein Turbo Endless Call, Basispreis gleich KU-Schwelle bei 95,547 Dollar, Hebel um die 3, das Short Bondo SN8BPN, ein Turbo Endless Put, Basispreis gleich KU-Schwelle bei gut 190 Dollar, der Hebel bei 3 auch hier. Ich sage es immer wieder an dieser Stelle, es sind nur beispielhaft ausgewählte Produkte, viele weitere Derivate natürlich auch auf Aktien wie Amazon und Tesla finden Sie unter www.sg-zertifikate.de. Die Trading-Aktionen im November, weitestgehend unverändert, bis Ende des Jahres läuft ja noch die Aktion mit 1822 Direkt. Heißt, als Kunde der 1822 Direktbank handelt sie ab einem Ordervolumen von 1000 Euro, alle Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen der Societe General bis Jahresende gebührenfrei. Und dann gibt es auch noch die Aktion mit der Dalatbank, die läuft noch bis Ende des Monats, auch hier das Mindestordervolumen bei 1000 Euro. Nutzen Sie diese Aktionen, es gibt ja noch zahlreiche weitere Aktionen, um Gebühren zu sparen und die Profitabilität dadurch auch schon zu verbessern. Zweite Aktie, Dauerbrenner in der Sendung, ähnlich wie VW, bloß hier sieht es insgesamt etwas besser aus, die Aktie von Tesla. Warum habe ich Tesla heute reingenommen? Ich glaube, es war jetzt doch etwas längere Pause, dass wir sie nicht mehr analysiert hatten. Ja, ausgeprägte Korrektur, ganz klar, auch hier dreiteilig, das heißt, ein Abschluss könnte vollzogen worden sein. Wir haben die Abwärtstrendlinie hier seit April 2022 nochmal von oben angetestet. Es war schon so ein bisschen in letzter Sekunde, dass der Dreher noch reinkam, aber die Wochenkerze aus der vorletzten Woche ist ganz ansehnlich. Das heißt, in der sehr bullischen Variante könnte zum Beispiel so etwas einsetzen. Da ist allerdings noch ein weiter Weg zu gehen, auch im direkten Vergleich beispielsweise zur Amazon-Aktie, die ja im Bereich des Jahreshochs notiert, sieht man schon etwas Schwäche. Auf der anderen Seite haben wir hier gute Absicherungsmöglichkeiten. Also in der bullischen Variante ist hier die Korrektur beendet und wir könnten wieder ansteigen. Prozyklische Signale aber erst natürlich, wenn der kurzfristige Abwärtstrend bricht seit Juli und vor allen Dingen, wenn der langfristige Abwärtstrend, der uns ja schon seit 2021 beschäftigt, die Korrektur hier einrahmt, überschritten wird. Also da sind wir noch weit davon entfernt. Das wären in etwa Kurse roundabout um 300 Dollar, die wir da toppen müssten. Ich würde sogar noch weitergehen, dass es noch schöner wäre, wenn wir hier diese Hochpunkte aus dem Sommer 2022 in etwa bei 313,60 rausnehmen. Also es gibt ja einige Voraussetzungen noch zu erfüllen im mittel- bis langfristigen Kontext. Wenn wir es uns kurzfristig ansehen, dann sind hier sehr schön auch die Handelsmarken zu bestimmen. Wir haben eine Kurslücke gerissen im Zuge der Erholung Anfang November. Diese Kurslücke würde am Freitag fast auf den Cent genau geschlossen. Sie lag bei 2,599, das Tief 2,569. Das heißt, der Chart ist zur Unterseite bereinigt. Man hat nun als Trader also Absicherungsmöglichkeiten entweder etwas weiter am Tief bei 194,07, wenn man was auf der Long-Seite unternehmen wird, also dem Mehrmonatstief, oder dann sogar, das wäre jetzt die aggressivere Variante, unter dem Freitagstief. Spekulation wäre dann, dass die Aktie zumindest mal hier diesen blauen Balken, die Unterkante erreicht. Das ist nämlich eine weitere Kurslücke, die beginnt bei 230,61 und erstreckt sich bis hinauf auf 242,08. Wenn es gut läuft, schafft die Aktie den Gap Close, macht dann so eine 1 zu 1 Bewegung und erreicht 237,39 oder eben die 242,08. Also es wäre Spekulation zumindest auf eine zweite Erholungswelle, wenn es ganz gut lief, wäre natürlich der Start einer neuen Aufwärtswelle. Wenn jetzt die Aktie in Kürze allerdings nicht das Hoch erreicht und hier jetzt schon zum Wochenstart, Montag, Dienstag, Schwäche wieder aufkäme, dann ist dieses Szenario zu verwerfen. Dann wäre sogar denkbar, dass wir neben der Unterkante des Abwärtstrenkkanals vielleicht nochmal sogar einen weiteren Auswasch sehen zum Jahresschluss. Also das ist jetzt hier eine wichtige Entscheidungsphase, zum einen kurzfristig, zum anderen aber auch mittelfristig, ob die Korrektur seit Juli endet. Und deswegen kann man hier, wenn man tätig wird, vielleicht auch erstmal nur Testpositionen eingehen, also halbe Größe beispielsweise und dann aufstocken, wenn sich das Bild aufhält. Oder dann eben die Variante eng abzusichern mit vollen Positionen. Da muss man halt wissen, innerhalb der Korrektur kann es immer nochmal zu einem Ausstopper kommen. Also das in jedem Fall einkalkulieren. Im direkten Vergleich sieht man klar, Amazon stärker, Tesla ist noch voll in dieser Korrektur drin. Für diejenigen, die skeptisch gestimmt sind bei Tesla, könnte man natürlich sagen, die können sich dann die Aktien nach dem Gap-Close hier auch nochmal anschauen. Ob hier eventuell dann nochmal neue Schwäche aufkommt, dann wäre sie nochmal ein antizyklischer Short, prozyklisch Short, eventuell dann schon unter dem Freitagstief zunehmend, dann unter dem Mehrmonatstief bei 194,07. Zweite Arrivate auf die Tesla-Aktie mit der WKN SQ9 A55, Turbo Endless Call, Basispreis gleich K.O.-Schwelle bei 144,834 Dollar, Hebel bei 3 und dann noch das Short Pondor SW1 BZ3, ein Turbo Endless Put, Basispreis gleich K.O.-Schwelle bei 286,214 Dollar, der Hebel auch hier knapp bei 3. Bleibt mir nur, Ihnen einen guten Wochenstart zu wünschen. Bin gespannt, ob die Big Techs wie jetzt Amazon den Durchbruch dann schaffen zur Oberseite, ob wir noch ein paar freundliche Wochen bis zum Jahresschluss bekommen. Wünsche Ihnen viel Erfolg. Wir hören uns gerne dann wieder kommenden Montag. Bis dahin alles Gute. Tschüss.